So, lasst uns jetzt ins Wort gehen. Sprüche 21, Vers 28. Ein Lügenzeuge wird zugrunde gehen. Ein Mann aber, der zuhört, redet für lange Dauer. Sprüche 21, Vers 28, genau. Ein Mensch, der zuhört. Gott sagt hier, dass ein Mensch, der zuhört, der viel zuhört, der viel lernt, dass er auch viel zu sagen hat. Derjenige, der aus sich selbst heraus redet, der seine eigenen Gedanken, Philosophien, seine eigenen Erfahrungen teilt, ist am Ende ein Lügenzeuge. Der aber, der das Wort Gottes hört und aufnimmt, der es annimmt für sein eigenes Leben, der davon lernt und es umsetzt, der hat viel zu sagen. Der ist ein wahrer Zeuge, ein Zeuge für die Wahrheit. So wie unsere Schwester vorhin. Sie ist keine Lügenzeugin, sondern sie ist eine Zeugin der Wahrheit, weil sie das Wort Gottes bezeugt. Die Wahrheit des Wortes Gottes. Sie hat gehört, nicht nur oberflächlich, da rein, da raus. Nicht nur für den Kopf, sondern für das Herz, für das Leben. Auf das Wort Gottes hören, heißt nicht nur es hören und verstehen, sondern es annehmen und glauben. Dem Wort Gottes vertrauen. Dem Wort Gottes folgen. Einer, der zuhört und dann gehorsam ist. Der redet für lange Dauer. Der hat viel zu sagen. Ein Lügenzeuge wird zugrunde gehen. Vers 29. Mit frechem Gesicht tritt der gottlose Mann auf, der Aufrichtige aber, er achtet auf seinen Weg. Mit frechem Gesicht, man kann auch wörtlich übersetzen, mit festem Gesicht, mit starkem Gesicht. Einer, der ein hartes Gesicht hat, der sein Gesicht hart macht, fest macht. Unbeweglich ist dieser Mensch. Er ist erfüllt von Stolz, von Selbstgerechtigkeit. Und er braucht sich nicht darum zu kümmern, sich selbst zu prüfen. Weil er selbst gerecht ist, muss er sich selbst nicht in Frage stellen. Er reflektiert nicht über sich selbst. Er prüft sich nicht selbst. Er ist ohne Selbstkritik. Der Aufrichtige aber achtet auf seinen Weg. Der Aufrichtige hat die Demut, das Licht Gottes in sein Leben hineinscheinen zu lassen. Er ist bereit, sich überprüfen zu lassen. Er ist ein Mensch, der weiß, ich bin nicht vollkommen. Ich bin nicht perfekt. Ich habe Fehler. Ich habe Schwächen. Das ist ein demütiger Mann. Der Aufrichtige ist ein demütiger Mann. Weil er es zulässt, dass sein ganzes Sein, sein ganzes Wesen ins Licht kommt. Das, was wir so gerne machen, bestimmte Bereiche unseres Lebens auszuklammern, unter den Teppich zu kehren, im Dunkeln zu lassen, damit das Bild nach außen hin stimmt. Der Aufrichtige lässt es zu, dass diese Dinge an die Oberfläche kommen, dass sie ins Licht kommen. Er ist ein demütiger Mensch. Er weiß, dass seine Gerechtigkeit nicht aufgrund der eigenen Taten und Fähigkeiten bestehen kann, sondern er nimmt die Gerechtigkeit an, die aus dem Glauben kommt, die aus von Gott geschenkt wird. Er ist nicht selbstgerecht. Er ist bereit, sich selbst zu prüfen, das Licht Gottes hineinleuchten zu lassen. Mit David betet er im Psalm 139, prüfe mein Herz, reinige mich, erkenne, wie ich es meine, zeig mir, auf welchem Weg ich bin. Ich will nicht den Weg der Gottlosen gehen, den Weg der Selbstgerechten, den Weg der Stolzen. Ich will den wahren Weg gehen, den Weg, der zum Leben geht. Und wenn das bedeutet, dass ich mich damit auseinandersetzen muss mit meinen Fehlern, mit meinem Versagen, mit meinen Schwächen, ja, ich will es. Herr, zeig es mir. Prüfe mich, Herr. Der Aufrichtige prüft sich selbst und ist auch bereit zur Selbstkritik. So stark, wie wir das eben gehört haben von Raffi, zu sagen, ich sehe, dass hier etwas in mir ist, was sterben muss. Was mich ab, was mich wegführt, von dem Weg des Lebens. Vers 30. Es gibt keine Weisheit und keine Einsicht und keinen Rat gegenüber dem Herrn. diesen Vers kann man auf zwei Weisen lesen oder verstehen. Das eine ist vielleicht, dass ein Mensch meint, gegen Gott kämpfen zu können, gegen Gott bestehen zu können. Menschen haben das die ganze Zeit über immer wieder gemacht. Ein besonders gutes Beispiel dafür in der alten Geschichte ist der Turmbau zu Babel. Die Menschen tun sich zusammen. Sie nehmen all ihr Können, all ihre Weisheit. Ja, wir wollen uns gemeinsam einen Namen machen. Wir wollen diesen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht. Aber der Vers sagt, wenn du gegen den Herrn kämpfst, da kannst du alle Weisheit zusammennehmen, alle Einsicht, allen Rat. Aber du wirst nicht bestehen können. Es bleibt nicht bestehen. Wir Menschen, wir sind so klug geworden. Wir haben so viele Erkenntnisse gesammelt. Oh ja, wir haben es geschafft, unsere Erkenntnisse zu speichern, sodass jede Generation auf dem Wissen der Vorgeneration aufbauen kann. Und wir sind immer besser darin, unser Wissen zu speichern, unser Wissen zu sammeln, uns zu vernetzen. Und wir geben alles daran, dass wir es schaffen, unsterblich zu werden. Wir wollen so viel erreichen. Und wir spüren, wir merken, ja, wir haben die Kraft, wir haben die Weisheit, wir haben die Einsichten, wir haben den Rat. Und wir werden es schaffen, wir werden diese Erde retten, wir werden diese Erde zu unserem, zu einem Paradies auf Erden machen. Wir setzen alles daran. Aber wenn es ohne Gott ist, ist, Geschwister, wenn es gegen Gott ist, hat es keinen Bestand. All die Weisheit bringt nichts. Sie läuft ins Leere. Sie kommt nicht ans Ziel. Weil es ohne den ist, der Grund, der die Quelle von allem Leben, von aller Weisheit, von aller Einsicht und allem Rat ist. Lass uns da zu 1. Korinther 1 gehen. Paulus schreibt uns da einiges über die Weisheit. Die Weisheit der Welt und die Weisheit Gottes. 1. Korinther 1 Ab Vers 17 lesen wir. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht wird. Das ist hier in einem bestimmten Gedankenzusammenhang, den lassen wir jetzt mal außen vor. Paulus betont, ich bin ein Gesandter. Mein König hat mich gesandt. Ich bin ein Botschafter. Einer, der eine Botschaft überbringen soll. Das ist meine Aufgabe. Das ist meine Berufung. Ich habe von meinem Herrn einen Auftrag empfangen. Den soll, den muss ich ausführen. Und das ist, eine frohe Botschaft zu überbringen. Das ist die wörtliche Übersetzung des Wortes Evangelium. Gute Botschaft. Ich soll von meinem König eine gute Botschaft überbringen. Das ist meine Aufgabe. Und dann sagt er hier, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht wird. Hier spricht Paulus über den Inhalt des Evangeliums und die Verpackung. Die Art und Weise, wie es geschieht. Und er sagt, der Inhalt bestimmt auch die Form. Der Inhalt ist das Kreuz Christi. Wenn der Inhalt überlagert wird von einer Verpackung, die dazu nicht passt, dann wird diese Botschaft keine Kraft haben. Er sagt, ich möchte, dass das Kreuz Christi, das Kreuz meines Königs, seine ganze Wirksamkeit entfalten kann. Und dann habe ich mich enthalten. Paulus war durchaus ein gelehrter Mann. Er hätte durchaus die Kniffe und Tricks der Rhetorik anwenden können. Aber Paulus sagt, ich enthalte mich davon. Und ich spreche über Christus. Ich spreche über das Kreuz. Schlicht und einfach. In einfachen, schlichten Worten. das Kreuz Christi soll nicht zunichte gemacht werden durch meine Klugheit, durch meine Weisheit, dass ich dann vorne stehe, der Prediger bin, jetzt predige und alle sagen, ja was für ein toller Prediger. Was hat er denn gepredigt? Weiß ich nicht mehr. Ist auch egal. Aber die Predigt war super. Unheimlich gelehrter Mann. dann ist das Kreuz Christi zunichte. Es bringt nichts. Wenn du nur die Verpackung genießt, aber der Inhalt dich nicht trifft, dann stimmt was nicht. Deswegen müssen wir uns selber immer wieder besinnen darauf, wozu wir berufen sind als Kinder Gottes, als Botschafter Christi. Sei es, dass wir predigen und verkündigen, sei es, dass wir Anbetung und Lobpreis machen hier. Unsere Lobpreisband, die spielen so gut und so schön. Aber wenn die Anbetung nicht mehr im Zentrum ist, wenn es nur noch um die schöne Musik geht, dann ist das Kreuz Christi zunichter. Es bringt gar nichts. es ist hohl und leer. Paulus spricht weiter in Vers 18, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Es gibt die einen, die verloren gehen und es gibt die anderen, die gerettet werden. Woran entscheidet es sich? Wie du zum Wort vom Kreuz stehst, wie du zum Evangelium stehst, daran entscheidet sich, ob du verloren gehst oder gerettet wirst. Und es gibt diejenigen, die verloren gehen. Für sie ist das Wort vom Kreuz eine Dummheit. für die Geretteten aber ist das Wort vom Kreuz etwas Wunderbares, etwas Herrliches. Es ist sogar Gottes Kraft. Es ist Kraft für ihr Leben. Kraft von Gott. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Gott sagt, die Weisheit dieser Welt, der Verstand, all die Klugheit der Menschen, ich habe es verworfen. Wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Er sagt, ich will es wissen, wo sind die Weisen, wo sind die, die Verstand haben? Sind die zu finden unter denen, die Gott anbeten, von ganzem Herzen, in seinem Sohn Jesus Christus, der für uns ans Kreuz gegangen ist? Nein. Sie sind nicht zu finden. Warum? Vers 21. Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen durch die Torheit der Predigt, die Glaubenden zu retten. Komplizierter Satz, muss man erstmal drüber nachdenken. Es war Gottes Plan, es war Gottes weiser Plan, Folgendes zu tun. Nämlich durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten und den Weisen diesen Weg zu verstellen. Die Menschen, die weise sind aus sich selbst heraus, die Weisen dieser Welt, sie können mit ihrer Weisheit Gott nicht erkennen, sagt Paulus. Und das hat Gott so eingerichtet. Kein Mensch kann durch seine Weisheit, durch menschliche Weisheit, durch menschliche Erkenntnis, durch menschliche Überlegungen, durch menschliches Erforschen, kannst du Gott nicht erkennen. Es geht nicht. Du kannst eine Ahnung von Gott bekommen. Ja, das sagt Paulus in Römer 1. Wenn du die Schöpfung betrachtest, wenn du darüber nachdenkst, dann wirst du erkennen, dass da ein Schöpfer hinterstehen muss. Und du kannst diesem unbekannten Gott, diesem unbekannten Schöpfer Dank bringen. Du kannst ihn suchen, er ist nicht fern von einem jeden von uns. Aber erkennen wirst du ihn durch deine Weisheit, durch deinen Verstand und durch deinen Forschen wirst du ihn nicht. Erkennen bedeutet eins mit ihm werden. Und da steht etwas Entscheidendes zwischen uns und Gott. Und das kann durch menschliche Weisheit nicht überbrückt werden. Das ist der Graben, der zwischen Menschen und Gott steht. Das ist unsere Sünde. Sie trennt uns von Gott und sie macht uns unfähig dazu, durch Verstand, durch eigene Leistung, durch eigenes Nachdenken, durch eigenes Forschen, Gott zu finden und Gemeinschaft mit Gott zu haben. Es ist alleine das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, was uns verbindet mit Gott, wo wir wieder zu Gott zurückfinden, wo wir ihn erkennen, wo wir ihn sehen, wo unsere Herzen ihn begreifen. Alleine durch das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Dadurch, dass er für unsere Sünde gestorben ist, uns gereinigt hat, von unserer Sünde und seine Gerechtigkeit geschenkt hat, sind wir in der Lage, überhaupt Gemeinschaft mit ihm zu haben, sind wir als seine Kinder angenommen. Erst durch den Glauben an den gekreuzigten für uns, für unsere Sünden gekreuzigten Christus, König, den Sohn Gottes, erst allein durch diesen Glauben empfangen wir den Heiligen Geist und dann sind wir ein Geist mit unserem Herrn, wir erkennen ihn, wie er uns erkannt hat. Wir kommen in die Liebesgemeinschaft mit unserem Vater zusammen. Nicht durch eigene Erkenntnis, nicht durch eigenes Forschen, nicht durch menschliche Weisheit ist das den Menschen zugänglich, sondern durch das Evangelium, was Gott geschickt hat zu den Menschen, durch das Wort Gottes, was er spricht, was lebendig macht. Es ist nicht durch aus mir heraus, sondern durch das, was in mich hineingepflanzt wurde. Dadurch kann ich Gott erkennen, durch den schlichten Glauben an sein Evangelium, dass Christus, der König, der Sohn Gottes, in diese Welt hineingekommen ist, Mensch geworden ist, dass er am Kreuz von Golgatha gestorben ist, für meine, für unsere Sünden, dass er ins Grab gelegt wurde, dass er am dritten Tag auferstanden ist von den Toten und dass er aufgefahren ist zum Himmel, zur rechten Gottes sitzt, er ist der Herr, er ist der Christus, er wird wiederkommen und regieren über diese Erde tausend Jahre und alle, die an ihn glauben, sind gerettet, gehören zu ihm, sind Kinder Gottes, nicht durch menschliche Weisheit. Dieses Wort vom Kreuz ist für die Menschen, die Weisheit in dieser Welt suchen, eine Torheit. Das sagt Paulus hier. Es ist eine dumme Predigt. Wir lesen hier mal weiter und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Nationen eine Torheit, den Berufenden selbst aber Juden wie Griechen Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ich finde diesen Vers unglaublich lehrreich und ich finde ihn sehr wichtig zu bedenken in unserer heutigen Zeit. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Was macht Paulus? Er predigt Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Anstoß oder ein Ärgernis, den Nationen eine Torheit. Was brauchen, was wünschen sich die Juden? Sie wünschen sich Wunder, Machttaten. Wir wollen sehen, dass Gott wirkt und das sehen wir in dem Wirken unseres Herrn Jesus Christus in Israel. Er ist als Messias der Juden gekommen und ja, vorausgesagt war es, dass die Blinden sehen können, die Lahmen gehen können und er hat sie sehend gemacht, er hat die Lahmen wiedergehend gemacht, er hat die Aussätzigen gereinigt, er hat sogar Tote zum Leben erweckt. Hat es den Juden gereicht? Nein. Ihre Erwartung war, es muss noch mehr kommen, es muss noch mehr kommen. Er muss jetzt die Geschicke in die Hand nehmen, er muss die Römer aus dem Land treiben, er muss der große König werden und Jesus hat gesagt, nein, ich bin gekommen, um die Sünde hinweg zu nehmen, ich bin gekommen, um gekreuzigt zu werden, meine Krone ist die Dornenkrone, das wollten sie nicht hören. Wir wollen Macht, und du lässt dich hinrichten, bist das Opfer. Für die Griechen, die Philosophen, sie suchen Weisheit, sie wollen noch mehr wissen, ganz schönes Beispiel ist die Geschichte in Apostelgeschichte 17, wo Paulus nach Athen kommt, wird uns von den Athenern gesagt, sie wollten immer was Neues hören, deswegen wollten sie auch Paulus hören, was hast du uns zu sagen, Paulus? Er hat ihn gepredigt und er hat es versucht, er hat versucht, ihnen mit ihren eigenen Worten es schmackhaft zu machen, aber an dem Punkt, wo er von Christus gesprochen hat, von seiner Auferstehung, haben sie ihn ausgelacht. Was ist denn das für ein Quatsch? Es gibt keinen Menschen, der aus den Toten Aufersteht. Gibt es nicht. Das ist albern. Was erzählst du für ein Quatsch? Lachhaft. So ein Blödsinn. Am Ende ist es, dieses Evangelium ist das Evangelium für die, die nach Macht suchen, nach Kraft, nach Stärke. ist es eine Enttäuschung. Was? Ein Gekreuzigter? Das ist doch keine Kraft. Das ist Schwäche. Und für die, die Weisheit suchen, was? Da stirbt einer am Kreuz wie ein Verbrecher, wie der schlimmste Verbrecher und das soll mein König werden? So war es Albernes. Die Predigt, die Paulus hält, im Kern entspricht sie eben nicht den Bedürfnissen der Sünder. Wir können das Evangelium dem Sünder nicht schmackhaft machen. Es bleibt ein Anstoß, ein Ärgernis. Es bleibt eine Torheit. Lass uns da nichts vormachen. Wir können das Evangelium, wenn wir anfangen, das Evangelium so zu verbiegen und so zu verdrehen, dass es unter den Weisen angesehen ist, dann ist es nicht mehr das Evangelium, was Gott ausgesandt hat. wenn wir es so hin biegen, dass diejenigen, die Macht und Stärke suchen, dann ist es nicht mehr das Wohlstandsevangelium ist nicht das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Es ist ein verdrehtes Evangelium. Und das Evangelium, wisst ihr, wir finden das Wohlstandsevangelium, es ist dieses Evangelium für die, die nur Stärke suchen, die eben nicht den Weg des Kreuzes mit Christus gehen wollen. Es ist ein Missbrauch des Evangeliums, es ist ein falsches Evangelium. Das Evangelium, was die Weisen dieser Welt lehren, auf den Hochschulen, an den Universitäten, ein verdrehtes Evangelium. Nein, das Kreuz bedeutet etwas anderes. Jesus ist für die gute Sache gestorben. Lass uns alle gute Menschen werden. Lass uns nach dem guten streben. So wie Jesus und dann verändern wir die Welt. Es ist ein falsches Evangelium. Lass uns dabei bleiben. Das Evangelium ist anstößig. Es wird die Bedürfnisse der Sünder nicht befriedigen. Paulus stellt es so dar. Er sagt, die Juden suchen Machttaten, die suchen Wunder, die suchen Zeichen, die Griechen fordern Weisheit. Ich gebe ihnen nicht das, was sie suchen und was sie fordern. Ich gebe ihnen das, was mein Herr Jesus Christus mir aufgetragen hat zu geben. das Evangelium, das Wort vom Kreuz. Das richte ich aus und es gibt Menschen, die darauf hören, sowohl unter den Juden als auch unter den Griechen. Es gibt Menschen, die sich rufen lassen, die zerbrochen sind, die an dem Punkt sind, wo sie nicht mehr danach fragen, was sie wollen, was sie suchen, sondern das annehmen, was ihnen gebracht wird. die Rettungsbotschaft, Jesus Christus, der sich hingegeben hat für uns, der in seinem Kreuz all unsere Sünde getragen hat. Wisst ihr, das wollen wir nicht hören. Warum ist das Evangelium so anstößig für die Menschen? Weil es sie damit konfrontiert mit ihrem Sünder sein. Und das will kein Mensch hören. Aber nur wenn wir das zulassen und das annehmen, dass wir Sünder sind, dass wir abgefallen sind von Gott als Menschheit und ich persönlich als Mensch auch. Erst an dem Punkt kann die Rettungsbotschaft sich in meinem Leben entfalten. Und dann ist es eine wunderbare, eine gute Botschaft, die beste Botschaft der Welt. Sie ist aber verbunden mit dem Kreuz. Ohne das Kreuz kannst du die Liebe Gottes nicht empfangen. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Das zeigt uns auf, die Wirkung, die das Kreuz hat, ist viel stärker, viel größer als alles menschliche tun, als alle menschliche Kraft, als alle menschliche Weisheit. Wie gesagt, jetzt kommen die Ostertage, dann kommen ja auch diese ganzen Osterfilme und so weiter und dann siehst du wieder die Kreuzigung Jesu und sie wird dann in bestimmter Art und Weise inszeniert, aber vergiss die ganze Inszenierung, vergiss die ganze Musik, vergiss das ganze drumherum. Es war eine furchtbare Hinrichtung von Verbrechern, die da stattgefunden hat. Und da war nichts glamouröses dran, nichts irgendwie herrliches. In manchen Filmen wird das ganz gut dargestellt, wie alltäglich in Anführungsstrichen das war. Da war nichts herrliches dran. Und wenn du dabei gewesen wärst, ohne die ganze Geschichte des Christentums zu kennen, wenn du dabei gewesen wärst, dann hättest du gedacht, wie furchtbar. Du hättest das Gesicht abgewandt und hättest gesagt, nee, damit will ich mich nicht befassen. Ich wende mich lieber was Schönem zu. Hast du nicht ein paar Oden von Ovid da, die ich lesen kann? Na, hat unsere Schwester hier gesagt? Ich wende mich ab. Hätte aber nichts zu tun haben. Aber es ist Gottes Kraft in dieser größten Schwachheit. Gott hat sich ganz schwach gemacht und ist am Kreuz elendiglich verreckt. Und wisst ihr, was für eine große Kraft in diesem Tod liegt, in diesem Sterben? So viele Menschen haben durch diesen Tod Vergebung empfangen. So viele Menschen haben ihren Schöpfer erkannt, sind zurückgeführt worden in die Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer, sind Kinder Gottes geworden, Tausende, Abertausende, Millionen von Menschen, ihr Leben wurde verändert, sie haben Befreiung, sie haben Erneuerung erlebt, sie haben Frieden mit Gott erlebt, erfahren. Die Liebe Gottes ist in ihr Leben hineingeflossen und durch sie hindurch in diese Welt. Diese größte Schwäche eines Menschen, die du dir nur vorstellen kannst, im Sterben am Kreuz hat die größte Kraft entfaltet. So wie Jesus gesagt hat, das Weizenkorn muss in Fallen und Sterben, dann bringt es viel Frucht. Das ist die Logik vom Kreuz. Gottes Schwäche ist stärker als die Stärke der Menschen. Und Gottes Dummheit, seinen König ans Kreuz nageln zu lassen mit einer Dornenkrone, das ist, es gibt irgendwo in so Stein reingeritzt aus römischer Zeit, gibt es so ein Spottbild, da sieht man einen Esel an einem Kreuz hängen und davor kniet sich einer hin und dann steht da ein Name, ich weiß nicht welcher Name, Publius oder sonst wie, betet seinen Gott an. Haha, guck dir das an, dieser Esel, der da am Kreuz hängt. Aber was für Weisheit steckt da drin, dass Gott seinen Sohn hingegeben hat, ohne Sünde, er hat unsere Sünde auf sich genommen und uns seine Gerechtigkeit geschenkt. So eine tiefe Weisheit, die darin steckt, sich selber so schwach zu machen, er der starke Gott, er derjenige, der keine Schuld an sich hatte, er hat sich für die hingegeben, die schuldig waren. Und es funktioniert, es ist die Wahrheit, es wirkt, es führt tatsächlich dazu, dass die Menschen, die in Sünde gegen Gott stehen, von dieser Liebe überwunden werden und in Frieden Gottes zurückgeführt werden, zur Umkehr gebracht. Wie kann ich einen Menschen zur Umkehr bringen? Gott sagt, dadurch, dass ich für ihn sterbe. was für eine hohe Weisheit, viel höher als die Weisheit aller Menschen. Und dann spricht Paulus zu uns hier, er sagt, seht, auf euch, guckt euch um, eure Berufung, Brüder, dass nicht viele Weise nach dem Fleisch, also viele Professoren, nicht viele Mächtige, nicht viele Staatschefs und Politiker und Bürgermeister, nicht viele Edle sind unter euch, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Also, wenn du empfindest, ich bin so dumm, ich habe keinen Schulabschluss, ich kriege das nicht gebacken, ich schaffe meine Prüfung nicht, ich schaffe dies nicht, ich habe mein Studium abgebrochen, ich kriege es nicht gebacken, ich bin Hartz-IV-Empfänger. Weißt du, Gott hat dich auserwählt, um die Weisen dieser Welt zu Schanden zu machen, um aller Welt zu beweisen, dass seine Kraft in den Schwachen mächtig ist. das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden macht. Menschen sagen es, du bist irgendwie schwach, dass du einen Gott, ich brauche keinen Gott. nur die Schwachen brauchen einen Gott, die kommen sonst nicht klar im Leben. Okay, dann bin ich gerne schwach. Dafür habe ich Gott. und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das was nicht ist, damit er das was ist zunichte mache, dass ich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Wisst ihr, vielleicht gibt es unter uns auch den einen oder anderen Professor oder den einen oder anderen klugen Kopf oder den erfolgreichen Geschäftsmann. Aber in dem Moment, wo wir uns zu dem Christus bekennen, der am Kreuz hängt, wisst ihr, was dann passiert? Dann werden wir zu Verachteten in der Welt. Dann stempeln sie uns ab und sagen, naja, du bist ja nicht ganz ernst zu nehmen. Bist zwar ein kluger Kopf, hast ja einiges drauf, aber die Sache mit deinem Jesus, das ist ja ein bisschen lächerlich. Und dann den Mut zu haben und zu sagen, hör mal zu, das ist das Wichtigste in meinem Leben, das andere alles, das bleibt nicht bestehen, aber Christus, der bleibt bestehen. Und das, was er mir gibt, ist viel größer und viel höher als alles, alle Weisheit dieser Welt. Und dann gehörst du, auch wenn du vielleicht klug sein magst, zu was gebracht hast in dieser Welt, dann gehörst du ganz plötzlich auch zu denen, die töricht sind, die verachtet sind. Jesus hat gesagt, wer sich zu mir bekennt, zu dem bekenne ich mich. Wer mich aber nicht vor den Menschen bekennt, zu dem werde ich mich auch nicht bekennen. Und da haben die Reichen schwerer ins Reich Gottes zu kommen. Warum? Weil sie etwas haben, was sie verlieren. Ihren guten Ruf. Wenn ich mich zu Christus stelle und ich bin Professor, ja, dann werde ich komisch angeguckt von den anderen. Dann gehöre ich nicht mehr so richtig dazu, zu dem Club der erlauchten Wissenschaftler. Zumindest kann mir das passieren. Und dann soll ich mit Christus aber vor das Tor gehen, so sagt Hebräer 13, lasst uns hinaus gehen, mit Christus an seiner Seite stehen und das heißt auch selber verachtet werden. Uns nicht schämen des Evangeliums. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes, durch die selig werden, durch die gerettet werden, alle die daran glauben, ich schäme mich dessen nicht. Und wenn die anderen mir weismachen, ich müsste mich dafür schämen, es ist mir egal. Ich habe einen Herrn, dem ich verantwortlich bin, dem ich folge und für den ich mich nicht schäme, denn er hat sich nicht für mich geschämt. Er ist an meine Stelle gegangen, ans Kreuz. Deswegen schäme ich mich seiner nicht, weil er sich meiner nicht geschämt hat. So soll sich kein Fleisch vor Gott rühmen. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Also, es ist aus ihm, dass ihr in Christus Jesus seid, nicht aus euch selbst. Er hat euch gerufen, er hat euch erlöst, er hat euch gerettet. Zum Abschluss lesen wir hier noch zwei Verse aus den Sprüchen. Vers 31 von Kapitel 21, das Pferd wird gerüstet für den Tag der Schlacht, aber die Rettung ist Sache des Herrn. Es geht in dieselbe Richtung. Du kannst so stark sein, so mächtig in den Kampf ziehen, aber wenn der Herr nicht mit dir kämpft, dann kämpfst du umsonst. Es ist Gott, der dich stark macht und deswegen sagt Paulus werdet werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, damit ihr den guten Kampf des Glaubens kämpfen könnt, der nicht gegen Fleisch und Blut gerichtet ist, sondern gegen Mächte und Gewalt der Finsternis. Epheser 6 Und der Herr wird dich retten, er wird uns retten, er hat uns gerettet, er wird uns retten. Ein guter Name ist vorzüglicher als großer Reichtum, hier steht auch, kann man übersetzen Gunst oder Gnade. Reichtum, Silber und Gold, was soll das alles? Einen Namen haben. Wisst ihr, wenn ein Mensch namenlos ist, wenn er nur eine Nummer ist, das ist eine der größten Degradierungen, die du einem Menschen zuteil werden lassen kannst. Zeugt von Wertlosigkeit. Dass wir aber einen Namen tragen, ist deswegen, weil unsere Eltern uns wertgeachtet haben, uns einen Namen zu geben. Und unser Vater im Himmel, er gibt uns einen neuen Namen, der ewig bestehen bleibt. Und lasst uns mal zum Schluss jetzt noch ein paar Verse aus dem Lukas Evangelium lesen, damit will ich auch abschließen. Lukas 10 Vers 17 Die 70 Jünger aber, die Jesus ausgesandt hatte, kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Sie waren begeistert von dem, was sie durch die Kraft Jesu alles bewirken konnten. Und so schnell kann das kippen, Geschwister. So schnell kann die Betonung wechseln. Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. So ist richtig betont. Aber wie schnell wird daraus Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Dann wird plötzlich aus der Kraft des Herrn unsere eigene Stärke. Wir verwechseln das eine mit dem anderen. Und deswegen lässt Gott es immer wieder zu, dass wir schwach sind. Damit wir ja nicht das verwechseln, was die Wahrheit ist. Nicht unsere eigene Kraft, sondern seine Kraft in uns. Und darüber können wir uns freuen. Aber Jesus sagt jetzt in Vers 20, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Besser als Gold und Silber und Reichtum ist ein Namen haben, der im Himmel angeschrieben ist. Ein Namen bei meinem Vater. Gott hat zu Abraham gesagt, ich Namen im Himmel im angeschrieben, mein Vater liebt mich, hat mir einen Namen gegeben, er kennt mich mit meinem Namen. In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich Vater, Herr des Himmels, das einzige Mal, dass davon die Rede ist, dass Jesus jubelte. Worüber hat er gejubelt? Vater, ich preise dich, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater und wer der Vater ist, als nur der Sohn und wem der Sohn ihn offenbaren will. Und er wandte sich zu den Jüngern allein und sprach glückselig die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, dass viele Propheten und Könige begehrt haben, zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Wir sind die Armen, die Einfachen, die Törichten, die Dummen, die Schwachen, aber wir sind die Gesegneten. Wir sind glückselig, weil Jesus uns den Vater offenbart hat und wir durch ihn an ihn glauben und zu ihm gehören dürfen, ihn kennen dürfen. Amen.